Ihr müsst nur hier raus. Aber wir haben Stärkeren. Ja, haltet euch, dieser Mauro macht das. Ja, wir müssen halt erstmal durchkommen. Ja, wir müssen halt erstmal durchkommen. Machen wir, wo willst du? Ne, es macht, also, Dornensitz macht alles. Oh, das ist ein Tag. Problem ist, es ist durch die Mütze zu schicken, ist halt scheiße. So, ich bin fertig, also, los. Die Alsace kommt nach dem Einzelnen raus, die Alsace ist weg. Die Alsace ist weg. Fühlt sich ja schon ganz hemmes an, die Bomber, ja. Die Kompon oben ist in Panzern 35. Jungs, ich schick sie übern Norden. Bubi, ich fahr langsamer, dass sie dazwischen raus. Bis da, muss auch ein paar... Die können wir auch machen. Ich drück dir einfach nur ein Stück nach hinten, dann nach drüben. Da kommen im Norden ganz viele Fighter rein. Norden, bitte, Freimaufen, ich geh über Norden. Und Torbomber kommen da auch. Fighter zurück. Blück dich im Norden weg. Es fehlen da etliche Fighters bei uns im Norden. Ja, und im Süden ist nichts los mit Fightern. Also, das erste ist abgefangen worden. Heute mit Loch. Ja, gerne. Wenn gibt's noch eine Chance, nee. Alles mit dich. Ich bin gleich wieder soweit. Mauro, sind das deine 3er Staffel da? Ich bin jetzt kaputt geschossen. Warte drüber bis runter in der Falle. Weil ich sehe nur die 3er Staffel. Äh, flupp, flupp. Geh mal auf die Nebraska, bitte. Auf die Nebraska oder QV. Musterfucking Atargo. Am besten Nebraska. Jungs, auf geht's. Wollen wir mal an die scheiße Atargo ran? Nein, noch nicht. So, jetzt probieren wir's nochmal mittig. Meinst du nicht so alleine? Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Die war ja panzert. Ja, ich seh's. Sonny, A5, hier rüber geht's. Ja, ja, ich seh dich. Alles gut. Passt das noch. Kommt noch weiter rein da. Kommt noch weiter rein da. Muss erst mal Luft holen. Wie viel Uhr? Ach, sorry. Sorry, Bubi. Bisschen. Ja, Jungs, also bitte jetzt. Komm. Die Luft ist voll. Wir machen Alarm. Im Süden haben wir Scouts nach vorne. Schicken wir mal einen Scouts. Das bleibt ganz gut mehr. Echt? Ist hier Atos da? Ach, Scheiße. Scheißdreck. Geht. Jetzt ist scheißegal, Leute. Macht jetzt eure Sache richtig. Wir schießen, Poster. Also, ich bin jetzt mit meinem Bomber wieder vorbei. Habt ihr alle fertig. Ja. Ja. Ich bin grad gestartet. Dann starten wir mal nach. Dann starten wir mal nach. Alle jetzt hoch. Bitte. Fletch. Ja. Starten, bitte. Versuch. Du auch. Ja, die sind nicht fertig. Ja, die sind nicht fertig. Okay, in Ordnung sieht gut aus. Äh, Dati bleibt bitte hier, Kubi bleibt bitte vor. Der Süden wird für dich gestört. Ne, ich bleib nicht da. Ne, ist ja viel zu weit gekommen. Basti, ich hab mal vor mir die Luftflopfen zu kommen. Ach, Basti, ich mach mal. Ich geh jetzt über Norden. Ich hab keine Pfeiler. Warte, ich kann jetzt starten. Norden ist momentan grad drei Pfeiler. Pfeiler. Äh, eigentlich soll ich auch hier. Eigentlich ein Schiff. Komm grad zwei Staffeln rein. Bei TG. Jungs, die muss ich jetzt durchbringen und die nächste auch, dann gehört uns der Hafen. Aber die muss ich durchbringen. Aber die muss ich durchbringen. Komm her. Wie gesagt, im Norden sind mindestens zwei Pfeiler schon. Hilfe. Ich kann hier nichts machen. Du willst aber scheiße gehen. Ja, Trio. Ja, Trio. Haben wir einen blöden U-Rut im Norden, bis der Vorkant noch nicht machen? Mach Notung jetzt schnell. Jungs, hallo. Ich hab Feiter am Arsch. Wo sind denn die Scheiß? Die reichste... Oh, ich hab Feiter. Sie kommen jetzt wieder zur Mitte zurück. Da sind die, okay. Der große U-I-2. Die reichste, der ist nicht frei. Man muss nicht, wenn man sich nicht zu tun hat. Ich bin nicht frei. Ich bin frei. Auf H4 bitte Mach das mal all über den Süden Und auf H4 zieh ich nach vorne Auf F4 sind von denen Fightern, würde ich nicht machen, steh ich mit dem Ich geh durch die 3er Linie, oh oh Na vorne in der Linie 2er, 3er Ah, in der 2er Linie Na, F3 Richtung 4 unterwegs Fuck, meine Fightern auf die Munition Ah, scheiße Du musst nur was immer größer Ja, auf jeden Fall fehlungsrecht die Bips vorne Wer in Norden sind könnte Oh nein, ich höre schon, was er jetzt los ist Oh, wenn ich wer in Norden sind könnte ich nicht, ist es nicht los Ich muss erst mal in Norden hochkommen Ja, oder wie machen wir mal einen Neustart Zeit haben wir noch Ja, mach nicht, was soll ich Du kommst dann nicht mit Landing Forces so durch Nicht wenn du so spielst Nee, in Norden ziehen macht keinen Sinn Die haben sich jetzt auch eingestellt Ja, du musst jetzt eigentlich eine komplett richtige Runde machen Und das sind 10 Minuten Gibt's auch mal für eine letzte Runde Ja, ja Du brauchst doch keine normale Runde mehr fahren, das ist einfach nur der Spaßfahren Die Landing Forces müssen halt im Süden komplett durchgeführt werden Das geht aber nicht in der Mitte So, wo willst du jetzt hin damit mal hoch? Fährst du jetzt zurück damit, oder? User disconnected from your channel Ich hab jetzt 1140, drei in Hande Und jetzt was noch reinkommt Und das ist das, was ich unbedingt brauche um den Haufen einzunehmen Okay, dann lass uns die Runde bitte abnehmen Dann schießen wir jetzt mal schnell eine neue Runde Ich hab keine Runde mehr Ich hab keine Runde mehr Ja, Basti Du hast noch eine QV Du startest deine QV Ich starte Äh, meine SS6 Thema durch Oh ja Dann alle auscrashen Ja So 15V aus Freitag Verboten